So, willkommen zurück bei Conan Exiles. Ich bin gerade dabei Holz zu sammeln, denn ich will mir eine Rüstungsbank bauen. Ich bin überlastet, na geil. Ein bisschen was fällen wir noch. Genug Holz hätten wir, ich muss aber noch viel, viel mehr Steine organisieren. Deshalb, das wird wohl eine grottenlangweilige Folge. Oh Gott, komm lau. Das hier ist unser kleines Häuschen, unsere kleine Zuflucht. Was haben wir da drin? Da haben wir ein kleines Lagerfeuer, eine Schlafdecke und eine Holzkiste. Und in die Holzkiste, da lagern wir jetzt mal... Nein. Da lagern wir jetzt das... Holz. Steine... Brauchen wir jetzt nicht... Pfeile... Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ich habe, glaube ich, noch keinen Bogen gebaut. Aber... Was ist das eigentlich? Nein. Ah, jetzt gucken wir einfach mit der Maus. Der Rissen ist Pergament. Heu, Behälter, Ast. Ast geben wir auch rüber. Ast geben. Eisenstein. Können wir bestimmt später mal gebrauchen. Pflanzenfaser... Lassen wir mal noch kurz... Tierhaut. Geben wir auch mal rüber. So. Oh, es wird schon wieder hell. Aber ich wollte jetzt eh erst mal noch Steine klopfen. So. Wie wahnsinnig prügele ich hier auf die armen Steine ein. So. Holen wir also mal ein bisschen Rüstung dann. Wow, ich hab schon... Wie war 200 Steine? Nicht schlecht. Bist überlastet... Jaaa... Bei mir aus. So. Komm in aller Ruhr. Gehen erstmal wieder aufs Schwert, falls jemand kommt. Und hier mit einem Abhäutmesser. Heute... Okay... X... Das... Nein... Äh... Gott... Nehmen. Nehmen. Ich glaube, dann muss ich noch Zwirn herstellen Werkbank eines Rüstungsmachers Jawohl Herstellen Das tickert langsam hoch Ist fertig Gut Hier wäre das Merkbank eines Rüstungsmachers Warum? Kann ich es gerade nicht ausrüsten? Wenn ich jetzt will Jetzt geht es so Schauen wir mal Wow, 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 ist das Ding groß? Oh, scheiße, ist das groß Wir packen das Hier so hin Ah Und Wo ist mein Knochenschild hier? Hat er nicht geblockt? So So Nix Nix Rüber Leichtes Rüstungsding Booms Da Wir brauchen hier überall Tierhaut Zwirn Zwirn und Tierhaut Überall Tierhäute sind hier Die anderen Tierhäute habe ich dummerweise in meiner Kiste Und hier heute Und hier heute Nein So Zwirn Ich brauche So So Unheimlich viel Zwirn Immer So Jetzt nochmal Also Also Leichte Brust Folsterung Tierhaut Zwirn 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 Tierhaut Zwirn Zwirn Schwirn Zwirn Zwirn Tierhaut noch müssen wir hier reinlegen so herstellen brustpolsterung leichte handschuhe leichte handschuhfutter haben wir gerade nicht helmpolsterung herstellen leichte brustpanzer das war ja die polsterung und jetzt machen wir noch den leichten turban so jetzt haben wir brustpanzer und turban leichte stiefel gibt es für stiefel auch spezielles futter leichte stiefel futter 10 ich habe nur 11 ok dann lassen wir das alles wieder zurück werden wir mal den turban anlegen und brustpanzer und hier packen wir mal das rein turban hatten wir nicht hier heute steine können wir mal ein paar mitnehmen ledertagebuch oder bin ich erst mal zufrieden ein leichtes rüstungsteil anlegen warum wird das nicht gezählt merkt man größer herstellen außerdem werden kampf gesiegt ja und sind das keine leichten rüstungsteile muss ich noch mal gucken hier mittels schwere leicht leichte handschuhe leichte handschuhe leichte handschuhe futter meist ist gar maschen futter machen wir das handschuhe futter mal gucken ob wir das auch so anlegen können ja rezept basern flechten häuten 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 so mal gucken wir handschuhe futter dieses objekt kann nicht gut dann weiß ich auch nicht weiter dann werde ich mich jetzt zwar wissen in kampf stürzen wir brauchen schließlich tier heute scheiße unser schild ist kaputt weg spring so ein trick da kommt ja schon der nächste verrückte jetzt dauer kann ich ein schild herstellen schild 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 können können knochen schild 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 jetzt ist mein schwert auch noch kaputt schild 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 Warum habe ich jetzt schon wieder eine Lebensmittelvergiftung? Ich werde verrückt. Jetzt gehe ich mal... Da drüben ist ein Krokodil. Wir suchen mal das Krokodil. Komm, block doch. Warum blockst du nicht? Ich gehe aus irgendeinem Grund. Weil die Kleine hier nicht blocken. Kadaver tot. Picke reparieren. Mehr Steine erforderlich. Na geil. Kleine Steine finden. Sieht ja riesig scheiße aus. Komm, komm, komm. Ich bin eh gleich hops. Und da will ich nur schnell noch die Axt bauen. So. Warum? Wach. Warum will dir das beschissene Schild nicht wechseln. gott bett rolle dann beenden wir auch mal hier wieder die folge ich sag tschüss und schau bis zum nächsten mal bei konnen exiles tschüss tschau bei bei